Hier können Sie rasch machen nach der Kanu- und Bike-Tour. Saisonale Gerichte sind bei uns jederzeit auf der Karte. Im Moment ist die Bärlauchzeit dran. In vier Wochen fängt der Spargel an und ihr seid herzlich willkommen. Man muss ein bisschen Vielfalt reinbringen. Wir haben den typischen Wurstsalat, wir haben den Rostbrot. Wir machen auch immer wieder mal ein paar außergewöhnliche Sachen rein. Und da gehört das Kyrus jetzt dazu bei den Sommern. Ganz einfach. Im Moment habe ich halt Bärlauch mit griechischen Sachen drauf. Aber ja, ist unterschiedlich. Manchmal sind Chivapchichis drauf. Und wie gesagt, ein bisschen Saison, wir bieten alles an. Und bei euch kann man auch Hochzeiten feiern? Ja, wir haben Sitzplätze drin. In der Gaststelle ist ca. 60. Hier draußen ist ein Traum. Der Biergarten ist sehr groß. Also wir können bis zu 100 Leute auf alle Fälle auch annehmen für den Biergarten. Und ja, wir freuen uns drauf. Feiern, Geburtstage. Geburtstage, Hochzeiten, alles. Wir machen alles.